Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin zu dumm dafür. Marcel, pass mal auf, heute ist ja Abschweifen angesagt. Wir können jetzt über das Wetter reden, stundenlang, aber ich meine, du bist 18 Jahre alt, du hast das ganze Leben noch vor dir und über das Wetter kann man auch noch reden, wenn man 75 ist, weil man gar nicht mehr weiß, worüber man reden soll. Darf ich mal kurz in deiner Anwesenheit Schleichwerbung machen? Das darfst du machen. Pass auf, und zwar ist es mir eine Herzensangelegenheit. Eigentlich ist es keine richtige Schleichwerbung, es ist mehr wie so ein Kulturhinweis, ein Kulturtipp. Mein alter Fußballverein, die Sportgemeinschaft Aum und Fegesack, SAV, hat es durch irgendwelche, also der Fußballgott hat wohl einen Tag Urlaub in Calaratiada gemacht und ist besoffen zurück in den Fußballhimmel und hat dann mit Kopfschmerzen die DFB-Lostrommel gedreht und dabei ist rausgekommen, dass mein alter Sportverein, die SG Aum und Fegesack, SAV, da war ich beim Judo, beim Fußball und beim Schwimmen. Halt mal die Fresse, du, sonst lege ich auf und mache ohne den Marcel weiter. Das kann ich nämlich auch. Ja, der ist schon weggefahren. Und die sind jetzt nämlich in den DFB-Pokal gekommen und spielen gegen TSG 1899 Hoffenheim in Bremen. Ja, das habe ich gehört, das hat, glaube ich, Holger mal erwähnt in irgendeiner Sendung. Ja, und zwar am 4.8. Am 4.8., das ist in genau einer Woche. Ja. Warte mal, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das ist genau, nicht dieser Samstag, sondern der Samstag, der dritte, das ist der dritte Achte, der dritte Achte, der Samstag in einer Woche. Und es gibt da noch Karten. Karten für das Spiel, es sind begrenzte Karten im Weserstadion. Ich werde auch da sein und viele andere auch, die diesen bezaubernden Verein unterstützen aus Bremen. Jetzt muss man aus der Nähe von Bremen kommen. Also, es gibt noch tausend Karten und das ganze Geld für die Karten fließt an einen guten Zweck, nämlich an einen lokalen Sportverein aus einem sehr, sehr problematischen Stadtteil von Bremen. Die brauchen das Geld für die Integrationsarbeit und zum Errichten von schusssicheren, schuss- und stichsicheren Barrieren zwischen Zuschauer und Spielfeld. Das ist ganz wichtig, weil da gäbe es öfter mal Vorfälle in Fegelsack am Bahnhof. So, also ich, warte, ich muss mal kurz, der Trainer, der Trainer, der Christian von der Mannschaft hat mir nämlich geschrieben bei Facebook, deswegen komme ich da erst drauf, dass ich das mal sagen soll. Ich mache das sehr gerne, weil ich meine, man kann ja nicht immer nur diese großen Bundesliga-Vereine unterstützen. Und die SGA auch noch viel gesagt ist, glaube ich, Regionalliga? Nicht mal. Ich glaube, Kreisklasse oder so. Ja, ich glaube, Kreisliga, ja. Kreisliga. www.sav-fußball.de oder auf der Facebook-Seite der ersten Herren SAV, da kann man die Karten bestellen und kaufen. Und, ähm, es lohnt sich sehr. So, das war, jetzt darfst du aber auch noch mal Werbung machen für irgendwas. Äh, ja. Okay, für was soll ich jetzt Werbung machen? Jetzt mach doch mal für irgendwas für dein...